So, Hallöchen, seid gegrüßt, herzlich willkommen, Hallihallo. So, ich würde sagen, wir laufen mal hier rüber jetzt hin. Ja, hier, zu den See. Hier ist noch was. Wir markieren das mal. Dann gucken wir mal, was das da so fein ist. Dann langsam. Das sind die Leute, dass ich gestern Diamanten geschossen habe. Sorry, Boost. Lektor nicht, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, er ist... Guter Treffer. Super Treffer. Haben wir ihn genau getroffen, weißt? Hahaha. Hora. ja der muss kurz aufgesprungen er liegt ja was für ein guter mal gucken wo man getroffen haben hallo grüß dich oh die falsche munition haben wir tatsächlich was ist denn das für ihn Kasse 6 Männchen die weiblichen haben Hörner achso das war bei Ocean tatsächlich ja e bonus also karibu ist eine stufe unter wir locken die mal an da ist er da ist er auch er hat sie erlebt und gerade mich hinsetzen weiß und dann kommen wir müssen gut los erfolgt mal ich sehe ihn ja hast du fein gemacht muss sagen ich hoffe mal dass ich irgendwann mal hinten am punkt ankomme ich würde das schön mit glück ja das erste mal wo ich den krüter hatte das hat mir vor die linse gegangen und äh ich bin der meinung ich konnte abdrücken aber nachher ging es nicht konnte ich nicht mehr abdrücken sobald du den guck mal sobald kudos bleibt mal stehen kudos bleib doch mal stehen ungültiges ziel hast du gesehen und guck mal was war wieder die falsche knarre stattfindet ich habe gar nicht Agenda getroffen aber dann wollen wir auch gleich sehen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wölfe her. Das sind die gefährlichsten. Hier in Deutschland sind ja die, äh, die redet ja auch langsam mit den Wölfen aus. Ja, wir brauchen Wölfe, wir brauchen Wölfe, ne? Und da war es noch nicht mal geklärt, ähm, ja, was ist denn, wenn sie reißen, ne? Wer kommt denn dafür auf? Und so, ne? Hauptsache die Wölfe hier wieder herhoben. Ja, ich meine, einerseits ist es gut, ne? Andererseits muss man aber auch, äh, dran denken, ja, was ist denn hier? Hier leben doch, äh, viele, viele Menschen, ne? Und das ist doch, das ist doch, äh, ein Unding, wenn sie jetzt die Wölfe hier reinbringen. Und was machen sie? Jetzt sind sie auf, auf dem Vormarsch, die Wölfe. Ne, wer leidet wieder, ähm, beide halt, ne? Der Wolf und, und, äh, aber auch der Mensch halt wieder. Ja, das ist, das ist auch, äh, langsam kein Naturschutz mehr, was zu machen, ne? Nur noch irgendwelche, irgendwelche Sachen durchsetzen, die, äh, total höhenrissig sind. Ja, wir haben den nicht getroffen. Aber, äh, da, der war da oben. Ja, wir haben den nicht getroffen. Gar nicht, bei dir lädt das. Hier läuft das eigentlich. Und, willst du einen Kaffee? Was? Wir haben was mehr? Wir haben einen Kaffee. Das kann durchaus sein. Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, gestern war es ja mit dem Elch. Ja. Ich zeige den Anwender. Wir waren eigentlich schon bei der Folge, wo er schon... Ja. 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 Aus, wenn wir trinken. Vielen Dank. 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 Oh nein, schon wieder. Ich weiß nicht, warum er das jedes Mal umstellt. Ich weiß nicht, warum er das ist. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum er das ist. 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 Ich würde sagen, ich komme hier rum, falls das geht. Ich würde sagen, ich komme hier rum. Ja, haben wir schon wieder einiges geschossen. Ich würde sagen, ich komme hier rum. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich komme hier rum. 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 Ich würde sagen, ich würde sagen, ich komme hier rum. Ah, ob wir ihn gut getroffen haben? Hm, ich war der Meinung, der war eigentlich relativ gut getroffen. Aber gut, war er doch nicht so gut. Mal sehen, ob er hier irgendwie getaucht. Aber dauert es halt. Und scheinbar wohl nicht. Ich habe wenigstens gedacht, den hast du wenigstens getroffen, dass er wenigstens wegläuft. Ja. Und zum Feld. Vielen Dank. 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 hab schon müsste doch aber ja lag siehst du schon an die verfärbung hier ist ein bisschen pinker geworden ich wusste ich wusste wir müssen mal kurz warten ja ich konnte ja rüber Vielen Dank. 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 Das war der Schwarzbäne. Das war ein Elchkönch. Das war der Schwarzbäne. Ich habe die Map hier. Das war der Schwarzbäne. Das war der Schwarzbäne. Das war der Schwarzbäne. Genau. Genau. Alle eingesammelt. Das war der Schwarzbäne. Das war der Schwarzbäne. Das war der Schwarzbäne. Ich kann mal hier nicht mehr. Das war der Schwarzbäne. Das war der Schwarzbäne. Oh, der Schwarzbäne. Oh, der Schwarzbäne. Das war 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 der Schwarzbäne. Komm her. Weiter war er schon. Oh. War cool. 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 Stücke. Attack-Trofit. Diamant. 3 Stücke haben wir schon. 100 C. Gesamt 1409 Weitester Schuss 401 Ja, wie gesagt, ich kann nicht gar nicht verstehen, warum man seine Statistik zurücksetzen Manche sind ja da und aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen setzen viele ihre Statistik zurück und dann kommen so noch Sprüche wie alles erreicht wieder neu, muss wieder neu anfangen dann muss ich ehrlich sagen, kommt ein bisschen arrogant rüber kommt ein kleines dann rüber, aber gut oder viele Leute sind und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hier, such mal. Such das Eiche. Ja, hier hat er nicht gewonnen. 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 Hier, hier hat er nicht gewonnen. Hier, irgendwo muss er liegen. Oh, guck mal, hier hat er nicht gewonnen. Ja, 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 hier hat er nicht gewonnen. Nie beginnimmt. Ja, hier hat er nicht gewonnen. Ja, hier hat er nicht gewonnen. Vielen Dank. 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 Doch, er ist aber ziemlich spät. Weißt du das? Siebenlich spät ist er. Ja, ich sag ja mal, manchmal dauert es halt wirklich sehr lange, bis die wirklich fallen. Kudos, geh mal weg hier. Gut, drei Füchse haben wir. Denn, wollen wir mal gucken. Los, hast du hier jemand? Jo, er hat was. Füchse sind auch, die bekommst du eigentlich auch sehr schwer, weiß. A Zubtika. Füchse sind auch, die bekommst du eigentlich auch sehr schwer, weiß ich auch sehr schwer, weiß ich auch sehr schwer, weiß ich auch sehr schwer. Ja, hast du? Laufen wir meistens, ich laufe da meistens immer zurück, ne, und, äh, stelle mich wieder in eine Ausgangsposition. Hast wieder den Köter. Ah, der Köter, der ist, äh, wirklich Gold wert. Viele mögen ihn nicht, weil er, weil er halt auch verschrecken, ne, also ich hab jetzt tatsächlich die Erfahrung noch nie gemacht, das haben wir hier irgendwas. Aber, ähm, aber kann durchaus sein, dass das, das mal passiert. Natürlich beim Great One oder so ist das natürlich, äh. Ja, komm mal, mein Großer. Lasse, 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 Lasse. Lasse, Lasse, Lasse. weiblich jetzt gehen wir hier hinten hin müssen wir auch noch einsetzen aber tatsächlich noch cojoten gibt es hier glaube ich auch oder nicht cojoten weiß ich jetzt nicht genau aber ich auch hey ja 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 da ist aber und wieder alles mit wunderbar getroffen aber richtig gut so geht das mit anders den haben wir schön an der seite getroffen weiß ich denke mal die lungen flügel oder sowas zerfetzt das ist ich versuch doch mal du sollst suchen irgendwas haut hier nicht hin Moment mal kann man denn hier Lampe anmachen Heavy Licht so jetzt hat sie hier oder was ich denke ich finde den muss aber hier irgendwo liegen ist ein tödlicher los Alisa doch Rüchter. Ja, sei doch mal ruhig, Mensch. Hey. Nimm die Waffe. Ich sehe ihn doch hier, Mann. Nimm doch mal die Waffe, was ist denn das? Jetzt. Er hat die Waffe gerade nicht genommen. Oh, er ist weg. Auch er hat es nicht. Poto, komm mal her, hier. Such ihn, aber. Such ihn, such. Mensch, du Arschloch, wo läufst du denn hin? Was sucht der denn hier? Ich muss hierher. Und, der macht mich verrückt. Hier. Hier liegt er irgendwo. Hast du was? Ich werde dir relativ schnell gefallen. Hier muss noch eine Spur sein. Ich habe doch hier gar keinen getroffen. Dann. Uhm? Da wird das Vieh mich verscheißen. Irgendwas haut hier nicht hin, gerade. Ja, weil hier die Ecke ist, weißt du? Weil hier die Ecke ist, kann sein. Da, komm. Ja, ich bin aber auch, ich bin auch über. Brutto. 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 Oh, ja, ich bin. Mensch. Ich habe eine Ani-Mia. Es ist ein Oker-Wand. Es ist nicht hier. Tell me what it is. Ja, gefallen ist er, aber ob ich ihn jemals wiederfinde, das ist die... Auf jeden Fall, er hat was, die Spur hat er. Ah, komm mal, such, Dicker, such, 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 Elchi. Oh! 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 hier ist zwar aber sehr alt ok ja dann ist er weg halt das ist immer das Risiko 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 das Risiko das Risiko das Risiko das Risiko das Risiko das Risiko